Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Zofahrt! Nimmst du zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wohin immer der Feind vordrängt. Er soll nur noch eine Wüste vorfinden. Was ist das? Wohin immer der Feind vordrängt. 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 Und meine Person! Und meine Person!